Willkommen zurück in Athletes Room mit unserem neuen Gast. Kann man sich mal vorstellen. Aaron Oboku, 23 Jahre alt, aka Juice. Was geht ab, Aaron? Sehr, sehr schön, dass du heute hier bist. Wir freuen uns sehr. Ich freue mich auch. Große Ehre. Auf jeden Fall. Heute wieder mit meinem Partner Hiswill. Yeah. Genau. Und ich mit meinem Partner Markus. Auch nochmal sagen. You know Margie. HK, HK, HK. HK. Genau, ich glaube, die Zuhörer kennen das auch nicht. HK, müssen wir später nochmal drauf eingehen. Jo. Aber heute soll es nicht um uns gehen, sondern es soll um dich gehen, Aaron. Yes, sir. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Ich freue mich auch, man. Und wenn du ja auch schon die ersten Folgen gehört hast, dann weißt du ja, dass wir eine erste Kategorie haben. Yes, sir. Diese Kategorie ist Pulling back the curtain. Wir wollen da wieder hinter die Geschichte von den Spielern gucken und du sollst einfach ein bisschen ausführen, was könnte hinter dieser Headline stehen, die geschrieben wurde. Und wir haben für dich eine Headline vorbereitet, die vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit bedarf. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach rein, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann nehmen Sie einmal vor. Drittligaspiel wegen rassistischer Beleidigung abgebrochen. Genau. Aus der Zeit vom 19. Dezember. 2021. Richtig. Genau. Ich kann ja noch kurz die Titelunterschrift mitgeben. Beim Drittligaspiel gegen den VfL Österbrück haben Fans des MSV Duisburgs VfL-Profi Aaron Opogo rassistisch beleidigt. Yes, sir. Wo fange ich an? Also du kannst gerne weiter ausführen, ne? Ja, ja, ja. Gar kein Problem. Wo fange ich an? Es war ein ganz normales Drittligaspiel. Wir sind nach Duisburg gefahren. Alles war gut. Die Jungs haben es gut gemacht. Wir haben uns ganz normal auf das Spiel vorbereitet. Ganz chillig. Und dann war das Spiel am Laufen. Duisburg war im Drücker. Duisburg hat ein gutes Spiel gemacht. Wir waren aber auch nicht schlecht. So, und ich habe dann irgendwann mitten in der ersten Halbzeit in der Ecke geschlagen. Von der rechten Seite, weiß ich noch ganz genau. Und hinter mir waren schon so Pfiffe, alles Mögliche, hast du da gehört. Das habe ich so ein bisschen ausgeblendet. Aber ich habe einfach mein Ding gemacht. Lässt dich nicht aus der Ruhe bringen, wenn du im Spiel bist. Und dann kam die zweite Ecke. Und die zweite Ecke ist mir komplett misslungen. Also ich habe die einfach gefühlt hinter das Tor geschlagen. Die hat sich so rausgedreht. Bei der dritten Ecke hat unser Linksverteidiger, Florian Kleinhansel, spielt noch bei VfL aus einer Brück, hat sich an den Ball gestellt und ich bin mit ihm zur Ecke gegangen. Und dann stehe ich da und höre von oben so einen Ruf. Du kannst doch eh keine Engel schießen, du Afel. Was willst du hier? Ich denke, was? Wie? Ich gucke so hoch. Ich war komplett von 0 auf 100. Weil ich bin wirklich eigentlich so, was das angeht, ruhig. Wenn ich so Sachen von draußen höre. Ich dachte, das ist gerade nicht passiert. Ich gucke so hoch und ich habe kurz meinen Kopf verloren. Wen schreit die hier an? Ich bin durchgedreht. Und so, wer war das? Wer war das? Und ich wollte die ganze Zeit rausfinden, wer das war. Ich gucke so auf die Tribüne und jeder zeigt so in eine verschiedene Richtung. Und in eine Richtung haben so mehrere Leute gezeigt. Und ich war der Meinung, okay, kann eigentlich nur er gewesen sein. Bin dann auf den Linienrichter zu, meinte ich, Digga, ich lasse mich doch nicht hier. Rassistisch beleidigen, das kann doch nicht sein. Ich war voller Emotionen so und ich habe das ehrlich gesagt nicht wirklich realisiert. Und dann meinte ich zu mir, ja, was machen wir jetzt? Und der Linienrichter meinte zu mir, ja, versuch drauf zu scheißen, auf gut Deutsch gesagt. So, spiel einfach dein Spiel weiter und so. Versuch das so gut wie möglich auszublenden. Mach dein Ding. Und irgendwann meinte ich dann, ja, ich versuche es, aber ich gebe mir sowas einfach nicht. Das heißt, die Rufe, die blieben einfach nicht aus. Die gingen die ganze Zeit weiter. Also, was heißt, Rufe kamen danach nicht mehr nach dem Satz. Es kamen nur noch Pfiffe und die Fans haben halt reagiert, weil die gemerkt haben, okay, da ist ein bisschen mehr passiert und ich habe es auch gehört. Weil normalerweise ist im Stadion ja so laut, die Spieler hören gefühlt nichts. Und ich habe es diesmal einfach klar verstanden. Und dann sind wir auf der Tribüne gewesen, also vor der Tribüne sind wir gewesen mit unseren Spielern. Und dann ein paar MSV-Spieler, ich weiß noch ganz genau, der Linksverteidiger, Leroy Quedjo, spielt, glaube ich, noch bei Duisburg, bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Kam dann auch auf mich zu und hat mich gefragt, Brudi, was ist passiert und so, warum gehst du so durch? Ich meine, ja, das kann doch nicht sein. Die bezeichnen mich hier als Affe und so. Und ich lasse es einfach nicht durchgehen. Und dann bin ich irgendwann auf den Schiedsrichter und der Schiedsrichter ist auch zu mir gekommen und die Spieler von Duisburg sind auch auf mich zugekommen und meinten, ja, was ist passiert? Der Schiri ist dann zu seinem Linienrichter, die haben sich kurz abgesprochen und meinten, ja, was machen wir jetzt, weil das kann nicht sein, dass sowas im Stadion passiert. Generell in dieser Gesellschaft, das gehört einfach nicht dazu. Wir sind alle in einem Stadion, wir gucken Fußball, warum so eine Scheiße abziehen, was bringt dir das? Und dann kam der Schiedsrichter auf mich zu und meint, hör mir mal zu, sowas gehört nicht ins Stadion. Wir werden auf jeden Fall reagieren und wir werden jetzt erstmal reingehen. Meine ganze Mannschaft hat mich in den Arm genommen, die haben mir den Rücken gedeckt und mein Endverteidiger, weiß ich noch ganz genau, Maurice Trapp, kam auf mich zu einem Brudi, wenn so eine Scheiße hier passiert, dann spielst du keine Sekunde, weil wir geben uns sowas nicht. Das gehört einfach nicht ins Stadion, das machen wir auf jeden Fall nicht mit. Wir sind reingegangen und dann kam unser Trainer schon auf mich zu, die ganze Mannschaft hat mir zugesprochen. Also so wie die Jungs da hinter mir standen, wirklich geisteskrank. Also es war wirklich richtig krass. Jeder hat mir zugesprochen, jeder hat versucht, mich so ruhig zu halten und ich war auch so gefühlt in meiner eigenen Welt, weil ich wollte einfach nichts hören, ich wollte mit niemandem reden, ich wollte mit niemandem in dem Moment was zu tun haben. Ich hatte halt meine Blackies in der Mannschaft, die die ganze Zeit neben mir saßen und die ganze Zeit gesagt haben, Brudi ist egal und so, das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert hat. Versuch einfach das auszublenden. Wir sind jetzt drin, das Spiel wird höchstwahrscheinlich abgebrochen, wenn nicht, gehst du raus und zeigst, was du drauf hast. Und mit diesem Mindset bin ich dann auch reingegangen, weißt du? Darf ich noch eine Sache einwerfen, beziehungsweise noch fragen? Es ist auch irgendwie so ein typisches, das was ich in meiner Jugendzeit auch immer mitbekommen habe, so auch als wir gespielt haben zusammen. Es ist immer dieses, okay, schluck es einfach runter. Und es war ja in dem Fall das erste Mal, finde ich, nach längerer Zeit auch wieder, dass dieses Thema Rassismus auch irgendwie auf der Agenda war. Ja, definitiv. Und deswegen war es ja so ein starkes Zeichen. Und wie war das für dich dann eigentlich wieder deine, ich sag mal, ganzen, keine Ahnung, Kollegen oder so, sagen, schluck einfach runter, lass spielen, lass dich darüber nicht jetzt, reg dich nicht auf. Wie ist das dann für dich, dass du trotzdem gesagt hast, hey, ich möchte stark bleiben, das ist ein Thema, das sollte man jetzt nicht einfach so. Weil es war ja auch viel Solidarität, ne? Ja, komplett, komplett. Über das ganze Thema. Komplett. Also ich sag mal so, es ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert, weißt du? Es ist mir auch schon am eigenen Leib einige Male davor passiert, aber ich hab's nicht wirklich so an mich reingelassen, weil, wie gesagt, dieses Schluck einfach runter hab ich dann immer einfach gemacht. Und an dem Tag war einfach so, ey, weißt du was? Nein, ich hab die Schnauze voll. Warum? Warum immer runterschlucken, runterschlucken, runterschlucken? Wenn nichts passiert, wenn nicht mal irgendwann ein Zeichen gesetzt wird, dann wird's einfach so weitergehen. So, ich hab so viele Brüder, Freunde auch, denen das schon passiert ist, jeder hat immer einfach runtergeschluckt, warum soll ich das jetzt einfach so über mich ergehen lassen und einfach so sagen, ja, hör mal zu, ist passiert, ist mir egal. Irgendwo war's mir auch egal, weil am Ende des Tages ich für Fußball spiele, natürlich, aber es muss was passieren, solche Menschen gehören einfach nicht ins Stadion. Es ist klar, dass wenn jemand so eine Scheiße durchzieht, dass er einfach nicht ins Stadion gehört, beziehungsweise generell in der Gesellschaft, das gehört sich einfach nicht. Bro, wir bluten alle gleich, Mensch ist Mensch, egal aus welchem Land, welche Herkunft du hast, was auch immer mit dir ist, du bist einfach ein Mensch. Und das finde ich, sollte jeder auch so hinsehen und auch einfach akzeptieren. Und die saßen dann tatsächlich in der Kabine und mein Trainer hat mich dann beiseite gerufen. Mein Trainer war wirklich, der hat mir wirklich richtig, richtig den Ringen gestärkt. Meint zu mir, ey, hör mir mal zu, das geht auf gar keinen Fall ins Stadion. Du hast das jetzt mitgemacht und so. Ich versuche so gut, ich kann dir nur zu helfen, aber ich werde alles dafür tun, dass dieses Spiel auf jeden Fall abgebrochen wird. So, und ich meinte zu ihm, ja, ich sage dir offen und ehrlich, mir ist das gefühlt auch egal, weil ich war wieder in dieser Situation, ich schlucke einfach runter und spiele einfach weiter und gebe einfach Gas. Aber er meinte zu mir, nein, nein, wir machen das nicht. So, es wird auf jeden Fall abgebuchen, weil es ist schon zu oft passiert und er hat auch viele dunkelhäutige Spieler trainiert und meinte, nein, es kann einfach nicht mehr passieren. So, es muss irgendwas passieren, damit die Welt endlich wach wird. So, und dann kam irgendwann nach, ich glaube, nach einer halben Stunde ungefähr, der Schiri auch zu uns in die Kabine hat nochmal probiert, mit mir zu reden. Ich habe ihm auch gesagt, wir können gerne weiterspielen, so ist es nicht. Aber es muss was passieren, weil ich kann das einfach nicht einfach ruhen lassen. So, es ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. So, und ich chill immer mein Leben. So, ich hätte auch komplett ausrasten können. Was, wenn ich auf die Tribüne springe und meinen Kopf komplett verliere? So, dann mache ich wahrscheinlich was Dummes und am Ende des Tages bin ich derjenige, der dann die Probleme hat. So, weißt du? Brauche ich nicht. Ja, und das ist eigentlich auch furchtbar, ne? Das ist nämlich dann wieder theoretisch die Vorurteile der Menschen auf der Tribüne, wenn dann schon wieder belegt. Definitiv, definitiv. Ja, der kann nicht damit umgehen und so, bla bla, dies, das. Ja, ja, alles schön und gut. Ich habe auch danach Nachrichten bekommen. Das kannst du dir nicht vorstellen, was für Nachrichten auf mein Handy gekommen sind. Da sind Nachrichten auf mein Handy gekommen. Das hat mich nicht mal mehr verblüfft, weil ich irgendwie damit gerechnet habe. Also negative Nachrichten? Ja, ja. Ernsthaft? Ja, ja, definitiv. Wie ist das denn? Positives? Ja, ich hätte mir jetzt auch vorgestellt. Positive sowieso. Positive war also unfassbar, unfassbar viele positive Nachrichten. Jeder Mensch, jeder zweite Mensch, den ich kannte, hat mir einfach zugesprochen und einfach mit mir geredet. Das Spiel wurde dann aber am Ende des Tages abgebrochen. Wir haben uns im Bus gesetzt, sind einmal einen anderen Weg aus dem Stadion rausgegangen und dann sind wir nach Hause gefahren. Wir sind in Osnabrück angekommen, sind in die Kabine bzw. haben unseren Bus ausgeräumt und unsere Fans standen schon an unserem Trainingsgelände. Und wir haben dann so einen Kreis gebildet, die haben nochmal mit mir geredet, dass sie voll und ganz hinter uns stehen. Und auch schon nach dem Spiel direkt im Stadion sind alle Fans, die das mitbekommen haben, komplett durchgedreht und haben geschrien, Nazis raus. Also es war ein Support, auch direkt nach dieser Situation und nach diesem Ereignis, wo ich dachte, okay, einige Menschen können es auf jeden Fall so. Also natürlich wird es immer wieder ein, zwei Vögel geben, die es einfach nicht anders machen werden, aber der Großteil hat es einfach verstanden. Und der Großteil weiß einfach, das ist die Realität, wir müssen so und so mit solchen Situationen umgehen. Wie gesagt, unsere Fans waren dann direkt am Stadion, die haben gequatscht, die haben mir nochmal Mut zugesprochen, die Jungs haben mir nochmal Mut zugesprochen, mein Trainer hat mir Mut zugesprochen. Also es waren alle, alle, alle für mich da und es war tatsächlich so, dass am nächsten Tag Winterpause war. Also das heißt, ich durfte direkt, beziehungsweise alle sind dann nach Hause gefahren, jeder hat individuell seine Sachen gepackt und ist nach Hause gefahren. Und das war kurz vor der Weihnachtszeit. Ich war dann zu Hause am nächsten Tag und dann habe ich so wirklich realisiert, was passiert ist. Ich lag wirklich in meinem Bett einen ganzen Tag lang und habe nichts gemacht. Ich habe meinen Handy Flugmodus gestellt, niemand hat mich erreicht, außer meine Eltern. So meine Eltern in Hamburg, ich kann da jederzeit hinfahren. Ich habe die angerufen, ey hör mal zu, ich mache heute den ganzen Tag mein Handy aus. Ich will mit niemandem was zu tun haben. Wenn ich mein Handy entsperrt habe, fliegt mir was aus. Oh mein Gott, oh mein, oh mein. Mein Handy ist locker, ohne zu übertreiben, 15 bis 20 mehr abgestürzt. Das war unfassbar, wie viele Nachrichten ich einfach positiv bekommen habe. Und das hat mir auch irgendwie richtig Kraft gegeben. So die größten Stars haben mir geschrieben. Und ich mir denke, okay, wow, das hat wirklich die Runde gemacht. Weil es war der erste Fall, wo ein Spiel tatsächlich deswegen abgebrochen wurde. So einige Spieler haben es auch erlebt. Und der Großteil der Spieler, die sowas auch erlebt haben, haben mir auch gesagt, ey hör mal zu. War richtig. War endlich einfach mal Zeit, dass sowas passiert. Weil kann nicht sein, dass sowas in Deutschland noch passiert. Wer hat dir zum Beispiel geschrieben? Beispielsweise der Verein Hertha hat mir geschrieben. Also der Verein an sich hat mir geschrieben. Aus der dritten Liga jeder Verein. Jeder Verein. Zweite Liga jeder Verein. Hertha, paar Bundesligas haben mir geschrieben. Kevin Prince-Boateng hat mir geschrieben. Kakao hat mir geschrieben. Also wo ich mir denke, hey. Wo man eigentlich gar keinen direkten Kontakt hat. Wo man eigentlich gar keinen direkten Kontakt hat. Du liest Nachrichten, wo du denkst, wow, Big Baller. Was hat dir das grundsätzlich bedeutet? Also dass eigentlich ja irgendwie so ganz Deutschland, ich sag mal jetzt alle, die jetzt nicht vielleicht dunkle Gedanke haben, hinter dir gestanden haben. Das hat mir einfach auch gezeigt, nicht jeder ist so. Natürlich ist es einfach so, dass einige Menschen leider Gottes noch so denken. Und vielleicht, selbst wenn du es aus Emotionen machst, vielleicht kurz was Falsches sagen, aber der Großteil, also auf jeden Fall das, was ich mitbekommen habe, weiß ganz genau, wie Leute sich in so einer Situation fühlen können. Und die haben mir Nachrichten über Nachrichten, über Telefonate, alles mögliche auf jedem sozialen Kanal, wurde mir irgendwie geschrieben. Also es wurde immer ein Weg gefunden und der Verein an sich hat dann zu mir gesagt, hör mal zu, du bist bei der Familie und so. Versuch so gut wie möglich abzuschalten und einfach auf andere Gedanken zu kommen, weil was anderes kannst du jetzt nicht tun. Es war sowieso Weihnachten, ich habe dann Weihnachten mit der ganzen Familie verbracht. Das war das Beste, was ich machen konnte. Ich konnte komplett abschalten, ich hatte mit niemandem Stress, keiner hat mich genervt oder so. Meine Familie hat mich komplett beruhigt. Es hat mich meine Familie aus Ghana sogar angerufen. Also es ist echt über, über, überall angekommen. So jeder, der mich erreichen konnte, hat mich einfach angerufen und hat einfach probiert, mir irgendwie positiv zuzusprechen, mir irgendwie zu helfen, irgendwie unter die Arme zu greifen. Und dann meinte ich, okay, nach der Winterpause werde ich versuchen jetzt erstmal ein Statement abzugeben. So meine Meinung einfach kundzugeben und meine Emotionen irgendwie versuchen im Schach zu halten und einfach so gut wie möglich zu reagieren. So und dann habe ich mich mit den Verantwortlichen vom Verein, mit meinem Berater, mit allem Möglichen zusammengesetzt und habe denen halt gesagt, so, hör mal zu, ich will ein Statement abgeben. Die haben das dann so ein bisschen für mich umgeschrieben, weil bei mir waren auch ein bisschen Emotionen dabei, sage ich auch offen und ehrlich. Musst du dann auch so ein bisschen auf korrekte Art und was PR-Technisch. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und tatsächlich ist das dann sehr, 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 sehr gut angekommen. Natürlich hast du dann noch die ein oder andere negative Nachricht bekommen, aber, sage ich offen und ehrlich, das war mir dann egal. Ja, aber genau, also das ist ja wirklich dann so eine von vielen und man hängt sich an solchen Sachen auf. Ja, ja, definitiv. Ich weiß nicht, wie du da relaten kannst auch so, was das Thema angeht. Also, das ist ein allgemein schweres Thema so, aber ich glaube, das, was du gemacht hast, ist, du hast auch anderen Spielern, die auch so welche Situationen hatten, weißt du, gestärkt. 100 Prozent. Ja, das geht nicht mehr so weiter, wir müssen aufstehen und zeigen, wir sind nicht anders als ihr, weißt du. Ja, 100 Prozent. Das ist eine sehr, sehr starke Aktion von dir auf jeden Fall. Es war wichtig, es war einfach an der Zeit, ich weiß noch ganz genau, wir haben wildfremde Leute und auch Freunde von mir einfach geschrieben, Bro, du bist im Fernsehen. Ich meinte, wie? Ich hab's auch gesehen, alle Medien haben gesehen. Bro, Bro, du läufst bei RTL. Ja, ja, ja. Ich sag, was? Aber no joke, ich erinnere mich auch noch an den Tag, ich habe meistens Push-Benachrichtungen an von jeglichen Sachen und dann kam direkt, ich glaube sogar von irgendeiner Zeitungs-App oder so, und Sport kam gleichzeitig direkt. Direkt. Rassismus, wie klar. Direkt. Bopoku, ich war direkt auch so, boom, boom, Alarm locken. Ja, ja, direkt. Das Ding ist ja, dass, so in Hamburg kennt mich ja der Großteil einfach durch Fußball auch, man connectet überall. Jeder in Hamburg, jeder in Hamburg hat mir geschrieben. Jeder, der mich irgendwie kennt, hat mir geschrieben, ey, Bro, geht's dir gut? Jeder hat sich nach mir erkundigt, so. Hat einfach krass gezeigt, auch so, wenn man mit Leuten nicht direkt was zu tun hat, wenn's einem nicht so gut geht oder du irgendwas Schweres durchmachst, ist 0-4-0 auf jeden Fall da. Hamburg ist auf jeden Fall. Vor allem, was das Thema angeht, ist es besonders. Geist, also Geist ist krank, wie krass Hamburg mir da den Rücken gestärkt hat. Und dann war das Thema Gefühl für mich auch abgeschlossen, weil es passiert, ich kann's jetzt sowieso nicht mehr ändern. Es wurde drauf reagiert, es wurde positiv drauf reagiert, so die ganze Welt steht gefühlt hinter dir. Du kannst nichts falsch machen, weil du hast es erlebt am eigenen Leibe, so die Leute haben es gesehen. Und für mich war das Thema durch, aber dann kam die Polizei aus Duisburg darauf, weil natürlich muss dagegen vorgegeben werden. Absolut. Und dann bin ich tatsächlich wieder nach Osnabrück und dann kam das erste Mal auf, ja, du warst doch gar nicht gemeint. Ja, okay, dann war ich nicht gemeint, so ist klar. Man versucht immer im Nachhinein, wenn man was gemacht hat, irgendwie versucht man sich rauszureden. Klar, sie war nicht so gemeint. Das Positive draus. Ich verstehe es sogar, weil vielleicht hätte ich auch so reagiert, wer weiß, wenn ich irgendeinen Dreck gemacht habe und dann im Nachhinein merke, mh, war doch nicht so clever, dass ich dann sage, ey, hör mal zu, war nicht so und so gemeint. Und dann wurde es halt so dargestellt, dass unser Linksverteidiger gemeint war, der auch an der Ecke stand. Also kein, das ändert doch gar nicht an der... Und selbst wenn, was hat das mit der Hautfarbe gesagt? Genau, genau so. Und dann kam die Polizei aus Duisburg sogar nach Osnabrück für einen Verhör, sagen wir mal so. Die haben halt alles irgendwie versucht zu dokumentieren, irgendwie sich Informationen zu schnappen. Das fand ich auch vollkommen okay und so, weil das muss da einfach irgendwas passieren. Und ich habe auch nochmal mit ihm geredet, wie er das vielleicht wahrgenommen hat, weil vielleicht kann ich mich ja komplett täuschen. Komplett, vielleicht habe ich ein falsches Bild wahrgenommen, vielleicht habe ich was falsch gehört. Und dann meinte er, Bro, hör mir mal zu, wir beide wissen, dass du gemeint warst, das ist doch kein Geheimnis. Was auch immer jetzt gesagt wird, was auch immer gelabert wird, lass sie labern. Am Ende des Tages, versuch dich auf deinen Sport zu konzentrieren und so, versuch dein Ding weiter durchzuziehen. Und ich stehe auf jeden Fall hinter dir und egal, was ist, egal, wer auf mich zukommt, ich werde auf jeden Fall die Wahrheit sagen, weil ich stand direkt neben dir und ich habe gesehen, wie du reagiert hast und was es mit dir gemacht hat. Und mir wurde im Nachhinein gesagt, ich war aufgelöst, beziehungsweise ich war nicht ansprechbar. Ich habe das wirklich gar nicht so krass wahrgenommen. Aber ich meinte, du konntest mit dir reden, du hast gehört, du hast die ganze Zeit nur genickt, aber du bist einfach mit Kopf runtergegangen. Ich habe das selber nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, weil normalerweise lasse ich solche Sachen gar nicht emotional haben. mich ran. Es kommt immer mal wieder vor, dass irgendjemand irgendeinen misslabert und dann musst du damit umgehen können. Das ist einfach auch Teil des Geschäfts, aber an dem Tag war er einfach Knackpunkt. Irgendwann ist das Fass übergelaufen und das war genau an dem Tag leider Gottes. Und dann ist das Verfahren dann so weitergegangen. Das hat sich dann noch ziemlich lange gezogen. Aber dann kam irgendwann das Endergebnis. Ey, hör mal zu. Das und das und das ist gesagt worden. Aber wir meinen gar nicht dich. Und es kann nicht bestätigt werden, dass wir dich meinten. Okay, damit ist das Verfahren eingestellt. Ich meinte, okay. Aber kann man nicht grundsätzlich sagen, unabhängig von dem Ausgang, was jetzt das ganze Thema angeht, es war ja ein viel größeres Thema. Also die Polizei war ja total irrelevant. Definitiv. Alleine das, was die Medien daraus gemacht haben, auf eine positive Art und Weise, Awareness dafür zu sorgen, das hat viel mehr dem ganzen Thema gegeben. Als wenn da jetzt ein Schuldspruch für einen Sündenbock so, ne? Natürlich. Das ist ja nur, der repräsentiert eigentlich relativ viele Menschen. Ja, definitiv. Das, was mich immer kratzt, ist immer, dass es von denen bewertet wird, die gar nicht das fühlen, was man fühlt. Das ist ja das Problem. Weil die kommen und sagen, ja, man hat nicht dich. Und du kannst, ja, nimm es doch nicht so ernst. Übertreib doch nicht. Übertreib doch nicht. Er hat doch nur was gesagt. Genau, das Problem ist ja eigentlich bei Rassismus, ich glaube, das ist, was viele nicht verstehen, es ist egal, beispielsweise, wenn ich jetzt etwas sagen würde und sage, ich finde jetzt nicht, wenn ich das sage, dass es rassistisch ist, aber es geht ja um die Person, die es dann sagt, ich habe das als rassistisch empfunden. Definitiv. Dann ist es so, weil die Person, der Empfänger sozusagen, der definitiv. Also zu 100, da bin ich 100% bei dir, weil ich kann, egal was, ist egal, was ich zu dir sage, wenn ich sage, Bro, ich will dich nicht beleidigen, aber so und so, wenn das bei dir so ankommt, als würde ich dich beleidigen, dann habe ich dich beleidigt, ich halte dich aus. Du definierst es ja nicht, die Person, mit der man spricht. 100% und dann war das Thema dann gefühlt auch für mich einfach so, ey, weißt du was, Aaron, scheiß drauf. Du kannst nichts mehr machen, das Verfahren ist eingestellt, am Ende des Tages, jeder kriegt sein Fett weg, fertig aus. Und dann kam irgendwann die Nachricht an uns, ja, das Spiel gegen Duisburg wird neu terminiert. Ich meinte, okay, Payback Day. Payback Day, ich war gefühlt auf einem Rache-Zug, aber nur sportlicher Ansicht, definitiv, weil es wurden sowieso zu dem Spiel, soweit ich weiß, nur 500 Zuschauer zugelassen. Und ich meinte, weißt du was, ich werde 150% geben. Also ihr werdet, diesen Aaron werdet ihr niemals, niemals aufhalten können. Komme, was es wolle. Und dann hatten wir natürlich unsere Saison gut gestartet. Wir haben eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt, muss ich sagen. Zum Ende ein bisschen brüselig, ja, aber wir haben sehr, sehr gut gestartet. Und dann kam irgendwann das Duisburg-Spiel, ich weiß noch ganz genau. Wir hatten solche speziellen Trikots von Osnabrück, komplett schwarz, so bezüglich diesen Tages sozusagen. Und das Spiel hat angefangen. Und wir sind dann sehr früh in Führung gegangen. Das Tor habe ich dann eingeleitet. Ich meinte, okay, let's go, let's roll. Jetzt fangen wir an. Kriegen direkt kurz danach das 1-1. Dann 2-1, wieder eingeleitet. Ich habe euch gesagt, egal was ist, heute stoppt mich nichts, nichts. Und niemand wird mich heute aufhalten, egal was passiert. Wir haben das Spiel dann am Ende des Tages 6-3 gewonnen. Ich habe leider nicht, leider, leider, leider habe ich mich nicht selbst getroffen. Aber die Mannschaft hat ein super gutes Spiel gemacht. Wir waren offensiv sehr, 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 sehr effektiv. Wir haben brutal konsequent einfach unsere Linie durchgedrückt. Und ich habe auch im Stadion einfach gar nichts gehört. Wir haben die auch gefühlt ein bisschen mondtot gemacht. Die kamen tatsächlich nochmal wieder, weil wir 3-1 gefühlt haben. Oder 4-1, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, 3-1. Und dann haben die 2 Tore gemacht. Dann machen wir das 4-3, glaube ich. Und direkt danach knipsen wir halt los. Wir haben 6 Tore geschossen, wovon ich 4 eingeleitet habe oder 5. Und es war mir einfach eine Genugtuung. Definitiv. Glaubst du, das hat euer ganzes Team so ein bisschen Kraft gegeben? 100 Prozent. 100 Prozent. Wir sind, als wir angekommen sind, sind wir nicht da ausgestiegen, wo normalerweise die Auswärtsmannschaften aussteigen, sondern komplett woanders. Wir sind komplett durch das Stadion laufen, weil einfach Risiko war, dass irgendwas noch passiert. Und vor dem Spiel kamen locker elf Leute zu meinem Bro. Let's get it. Let's get it. Gas gegeben. Dann 6-3. Ab nach Hause. Kein Stress. Wir haben mit niemandem geredet. Und dann haben sogar tatsächlich Duisburg-Fans mir geschrieben. Meinten, ja, Karma ist einfach ein Teil des Lebens. Ihr habt alles richtig gemacht und so. Ihr habt ein super Spiel gemacht. Natürlich habe ich auch schlechte Nachricht bekommen. Swipe nach links löschen. Swipe nach links löschen. Mega. Aber mich nicht freut. Also es war krass. Ja, Aaron, erstmal vielen, vielen Dank, dass du da uns so mitgenommen hast. Ich glaube, ich kann dafür alle Zuhörer auch sprechen. Ja, kein Thema. Etwas Besonderes. Und sehr, sehr schön, dass es sich doch irgendwie im Positiven dann so gewendet hat. Ja, definitiv. Sehr cool. Bevor wir unseren typischen Sprung am Anfang machen, deiner Karriere, will ich einmal ein Audio einspielen. Ziemlich gespannt, ja. Die erste Frage ist, wer ist dein Idol? Klang nach Christian, wa? Christian Conté war ja bei uns auch schon im Podcast. Ja. Und deswegen, wir sind gespannt. Wer ist dein Idol? Sagen wir mal so, ich habe auf jeden Fall zwei Idole. Idol, Idol, Idol. Nummer eins ist mein Vater. So, ist klar. Das ist so privat, was privates Leben angeht. 100% mein Idol. Der wird immer an erster Stelle stehen, weil es ist einfach Familie. So, er hat mich großgezogen. Er hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. So mit meiner Mutter zusammen. Sportlicher Hinsicht wird es, es steht für mich über allen Spielern, Ronaldinho. Alle Ronaldinho. Gänsehaut. Ronaldinho ist für mich, ich kann das nicht in Worte fassen. Ich habe auch das Gefühl, die jetzige Generation wird krass geprägt. Ja, ja. Definitiv. Definitiv. Wenn du dir damals so, ich weiß noch ganz genau, das war FIFA 7. FIFA 7. Boah. Wow, 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 wow. Ronaldinho. Aber noch PlayStation 2. Ja, Bro. Ja, Bro. Ich glaube, ich hatte FIFA nur 6. Boah, das war zu krass. Das war zu krass. Ronaldinho hat mich auf jeden Fall, weil sportlich angeht, definitiv extrem, 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 extrem geprägt. Einfach, weil er spielt Fußball mit einer gewissen Lockerheit. Und für mich das Wichtigste, er hat immer, egal was passiert, du kannst mit dem machen, was du willst, er hat Spaß. Ja. Er lächelt immer mit seinem Riesengewiss. Der Typ lacht immer, 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 immer Spaß, 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 Freude. Er hat aber auch ein großes Gewiss, was er zeigen kann. Richtig, richtig, richtig. Genau, das ist es. So, damit verbinde ich einfach Fußball, Ronaldinho, egal was. Number one. Perfekt. Forever. Super Antwort. Also erstmal Family. Ja, ja, safe thing. Und dann Football. Ja, ja, 100%. Very nice. Ja, let's beginn. Wo geht die Reise? Das kleine Aaron Opokus los. Also wirklich, ich habe es schon in der letzten Folge erwähnt. Du kannst uns an den aller, allerersten Verein, wo du warst, mitnehmen. Und dann gehen wir deine Geschichte kurz ein bisschen langs. Äh. Äh, 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 äh. Angefangen mit vier im Verein. Ich hatte meinen ersten Fußball mit zwei. Der war gelb-blau. Den hätte ich niemals vergessen. Der war so klein. Ich bin egal, wo ich hingegangen bin. Ich habe diesen Fußball mitgenommen. Alle Zuhörer, die den sehen wollen, einfach bei Aaron in die DMs rein sliden. Das ist gelb-farbe, bro. Das ist gelb-blau. Gelb-blau, ne? Ich dachte, ehrlich, so. Hat mein Vater mir geschenkt. Ja, okay, bad. Let's get it started. So, und dann haben wir mit meinem Vater zusammen, ich bin damals mit meinem großen Coulain und noch ein paar Jungs aus dem Block zu diesem Verein gewechselt. Hamburger Turnerschaft. 1816 gegründet. 1816. 1816. 1816. Guck mal, wie früh die wirklich schon auf der Map waren, so. Aber war neben dem Turnerverein aber auch im Fußball. Ja, ja, definitiv, definitiv, definitiv. Und dann bin ich dort gewesen, also es war wahrscheinlich die beste Zeit meines Lebens, weil du warst unbekümmert beim Fußballspielen. Du hattest keine Sorgen, du hast über nichts nachgedacht. Ich bin, ich glaube, drei- oder zweimal die Woche zum Training und ich habe dann tatsächlich bei den ein Jahr Älteren mitgespielt, bei den 98ern. und ich habe es ganz gut gemacht, würde ich sagen. Wir haben damals noch auf Asche gespielt. Schöner Grandplatz. Ihr könnt euch vorstellen, wie oft ich mit blutigen Knien oder mit blutigen Ellbogen nach Hause gekommen bin und Mama meinte, ja, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ja, Mama, ich habe Fußball gespielt. Ich war ja wirklich so, also als ich klein war, ich hatte keine Sorgen, ich habe Feinrückzieher da auf dem Grand gemacht, so was ich jetzt vielleicht... Hat ja auch nicht wehgetan zu der Zeit. Einfach gemacht, so. Ich habe damit sogar tatsächlich ein paar Tore geschossen und dann bin ich, damals war ich dann elf und dann haben wir gegen Household gespielt und Lewin Öztinalli? Sagst du dir was noch? Na klar. Der spielt inzwischen bei Mainz. Genau, genau. Ist ja ein kleiner Funfact, ich glaube für alle, die es nicht wissen, der Enkel von Uwe Seeler. Genau. Genau. Und sein Vater oder Onkel, Mieter Öztinalli. Ist der Schwager oder der Schwieger? Irgendwie. Ich weiß es nicht. Irgendwie verwandt auf jeden Fall. Lass uns einfach sagen, Enkel von Uwe Seeler. Für alle Hamburger ist, denke ich, Uwe Seeler oder auch deutschlandweit ein Begriff. Definitiv. Und dann war der beim Spiel von uns gegen HT16 da. Bzw. von uns gegen HT16. Von uns gegen HSV. Und ich habe ein ganz gutes Spiel gemacht und dann wurde ich circa nach einer Woche, wo dann mein Trainer von HT16 damals, nochmal Props an den, so zweiter Papa, Marcel Brandt, der ist wirklich zweiter und bis heute, egal was ist, ich kann ihn anrufen. Der hat mir einfach sozusagen die Augen geöffnet, was Fußball angeht. Hat dann zu mir gesagt, ey, hör mal zu, du hast ein Angebot vorliegen. Und ich meinte, ja, von wo? Er meinte, ja, von meinem Herzensclub, Hamburger Sportverein. Ich meinte, erst mal Gefühl Freudentränen so, aber ich war mir nicht sicher, mache ich jetzt diesen Schritt oder gehe ich erst woanders hin, weil ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich bin noch sehr, sehr jung. Wann war das circa? Was schätzt du, wie alt warst du da? Ich bin 2011 zur HSV gewechselt. Das heißt, das war in dem, das war glaube ich sogar in dem Winter, wo wir gegen HSV gespielt haben. Also war das die Saison 2010, 2011 und dann bin ich 2011, 2012, dann bei HSV gewesen. Dann bin ich mit 12 zur HSV gewechselt. Das war ja dann sozusagen die alte D-Jugend. Richtig. 13. Genau. Und die meinten dann, ja, komm zum Probetraining und das war in Norderstedt und ich, meine Eltern, wo mir im Bild steht. Bro. Das ist kein, das ist ein Weg, das ist furchtbar. That's a long way, bro. Meine Eltern haben beide kein Auto. Das heißt, vielleicht auch für alle, die nicht aus Hamburg kommen, Norderstedt ist vor den Toren Hamburgs im Norden und Bildstedt ist sehr östlich in Hamburg und das ist ein ordentliches Stadt. Das ist ein ordentlicher Katzensprung, sagen wir mal so und ich war dann, was mache ich jetzt? Das ist schon sehr, sehr weit und dann meinten die, ja, das ist gar kein Problem, wir fahren dich zum Training, wir fahren dich wieder nach Hause, direkt vor die Haustür. Wo bin ich hier gelandet? So ein Luxusservice? Meinte ich, ja, okay. Dann bin ich tatsächlich nach der Schule irgendwann abgeholt worden, bin dann zum Training gefahren, mein Vater ist dann mit der Bahn nachgefahren, um sich das anzugucken und dann habe ich mein erstes Probetraining absolviert. Ich glaube, das erste Probetraining, wissen wir beide noch, war nicht so schlecht. Also, ich glaube, die Zuhörer wissen noch nicht so viel von mir, aber es gab eine Zeit lang, da hatte ich auch das Privileg, beim HSV spielen zu dürfen und ich erinnere mich noch, ich war ja Torwart, als Aaron dann zum Probetraining kam und dann hat er mir erst mal von der Mittellinie einen hinten reingesetzt. Das vergisst man nicht und ich glaube, damit hat er sich ganz gut beworben für den HSV. Also, ich fand auch selbst so danach, ich muss sagen, an dem Tag hat es sehr, 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 sehr viel geklappt. Aber das war, für alle Podcast-Hörer, wir haben ein kleines Vorgespräch gehabt vor dem Podcast, der Grund war eigentlich der Jabulani. Ja, der Jabulani-Ball war so game, du konntest schießen von überall und ich hatte damals schon ziemlich viel Kraft und es hat einfach Spaß gemacht. Ich war tatsächlich vorher aber, ich glaube, eine Woche vorher bei Pauli beim Probetraining. Uh, Secret-Information. ich war bei Pauli beim Probetraining, da kannte ich auch sogar den Großteil der Jungs und so. Bromaskamp, auf dem längsten Kunstrasen der Welt. Der ist sehr, sehr breit. Das ist kein normaler Kunstrasen. Der ist so lang, der ist so breit. Ich dachte, das ist doch nie, wo bin ich hier gelandet? So, Training war gut und so. Ich habe mich auch richtig wohl gefühlt und dann bin ich zur HSV und habe gemerkt, okay, es ist nochmal was anderes. A, die Bedingungen sind anders beziehungsweise sie sind besser und die Qualität der Mannschaft war zu der Zeit auch ein Tick besser. Da meinte ich zu meinem Trainer damals von HT16 noch, was würdest du mir empfehlen, was soll ich machen, weil du bist genau wie mein zweiter Vater, so, ich kann die Entscheidung auch gefühlt nicht ohne dich treffen. Es ist zwar sehr, sehr früh, aber ich will es einerseits machen, andererseits denke ich mir, ah, warum schon weg von zu Hause, warum schon da, 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 dies machen und so. Und er meinte dann zu mir, hör mir mal zu, so, am Ende des Tages bist du derjenige, der entscheidet, aber wenn du die Wahl hast zwischen Pauli und HSV, bitte geh zu HSV und ich meinte dann, ja, okay, was mache ich jetzt? Und damals war es noch so, es gab doch diese Stützpunkte und so und bei meinem Stützpunkt war damals, ich glaube, Stefan Kerber, ich bin mir aber nicht mehr mehr so sicher. Ich kann es dir nicht beantworten, aber ich bin mir nicht mehr so sicher, aber es kann sehr, sehr gut sein. Ja, da war ja danach noch Ausfalltrainer. Für den gleichen Jahrgang. Also, man kann ja auch kurz mal droppen, dein Jahrgang 99. 99, baby. Genau, zu dem Zeitpunkt, Stefan Kerber auch Hamburger Ausfalltrainer. So, und dann hat es angefangen, dass ich zu HSV gewechselt bin und ich habe halt auch mit Stefan Kerber ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt und dann meinte sie mir, nein, geh noch nicht, es ist noch zu früh, geh zu Bramfeld oder so, auch da, wo Derek war. Geh zu Bramfeld und so. Das war ja auch so ein Hotspot an Anfiel-Talenten. Definitiv, definitiv. Geh zu Bramfeld, geh zu Horner TV, weil Horner TV war zu der Zeit in meinem Jahrgang halt unfassbar gut. So, und ich meinte dann, ja, ich weiß noch nicht, aber ich denke, ich werde zu HSV gehen und das hat ihm halt nicht so gepasst. Ich war zwölf Jahre alt, ich habe mir nicht die Gedanken gemacht beziehungsweise ich habe nicht daran gedacht, wie das vielleicht auf meine Zukunft wirken könnte und dann meinte ich, doch, ich werde gehen. Und dann musste ich aber auch gleichzeitig die Schule wechseln, weil ich glaube, das war sogar kurz nachdem, entweder nachdem ich in die fünfte Klasse oder sechste Klasse gekommen bin oder währenddessen und dann meinte ich zu ihm, okay, ich will aber auf die Stadtteilschule Alter Teichweg und da war Herr Winke, mit dem er ja auch so ist, also so wie ein Gehirn. Ja, ich muss noch auch kurz intervenieren, immer, damit die Zuschauer so ein bisschen das checken Alter Teichweg, es gab zwei große Sportschulen, drei große Sportschulen in Hamburg, Julius Leber und Alter Teichweg, das waren immer so ein bisschen die Hotspots für alle Talente, die in Hamburg definitiv und dann meinte ich, okay, ich will auf die Schule und ich war auch da, ich hatte sogar Sportunterricht mit Derek zusammen das war halt so witzig, das kann ich mir noch, ich weiß noch ganz genau, das war halt so wie mein Probetag, die meinten, ja okay, wir können uns das gut vorstellen und dann meinten die, wir geben dir aber noch Bescheid. Ich meinte, okay, kein Problem, ich habe Geduld, aber ich muss irgendwann natürlich zur Schule gehen. und dann kam irgendwann der Brief von der Schule, ja, schulische Leistungen reichen nicht aus. Ich meinte, hä, wie kann das sein? Ich hatte einen Notenschnitt von 2,5. Ich meinte, hä, ich kann auf ein Gymnasium gehen. Irgendwas stimmt nicht. Nein, fast, falsch, falsch, ich war sogar auf dem Gymnasium zu der Zeit. Ich war auf dem Gymnasium, weiß ich noch ganz genau und dann wollte ich halt die Schule wechseln wegen Sport, wegen Fußball, HSV, dies, das. Und dann meinten die, ja, schulische Leistungen reichen nicht aus. Und ich meinte, wie, wie reichen nicht aus? Ja, das reicht nicht aus, meinte ich, ja okay, alles klar, kein Problem. Ich suche mir aber dann eine neue Schule und dann bin ich tatsächlich direkt danach auf die Stadt der Schule Ölendorf gegangen beziehungsweise zur Schule hin und hatte dort dann auch meinen ersten Tag und meinte zu denen, okay, ich würde gerne auf die Schule kommen. Die haben mich sofort angenommen natürlich so und dann war es dann so, dass Kerber mich im Nachhinein angerufen hat und meinte, äh, Aaron, hör mal zu, deine sportlichen Leistungen ragen so heraus, dass du doch auf unsere Schule gegangen sollst. Und dann stand ich da im Raum und meinte, hast du mal regiert, weil ich komme nicht. So, ich habe jetzt eine Schule gefunden, warum soll ich jetzt nochmal auf eine andere Schule gehen? Ich meine, ich komme nicht und dann hat sich das auch so zwischen uns ein bisschen gesplittet beziehungsweise wir sind dann so komplett getrennte Wege gegangen und dann hatten wir auch so einen richtig, 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 angespanntes Verhältnis, so dass man sich auch gesehen hat und nicht mal mehr Hallo gesagt hat. So ein Ding war das. Und dann, ähm, habe ich dann, zur Schule bin ich dann gegangen in der Stadt der Schule Ölendorf und habe dann bei HSV gespielt, ganz normal. Ähm, dann bin ich, was heißt denn, was heißt denn ganz normal? Also, ich bin nach der Zehnten weg. Also, ich habe nach der Zehnten aufgehört und meinte, ey, weißt du was, Aaron, es ist soweit, mach Fußball. So, go for it. Das heißt, als du zum HSV gewechselt bist, als du noch zwölf warst, zwölf. Da war für dich, also, so schätze ich dich jetzt erstmal ein, da war erstmal nicht das Ziel, okay, ich wechsle zum HSV, weil ich möchte Fußballprofi. Nein, 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 nein. Profi hast du irgendwo immer im Hinterkopf gehabt, so, ich kann Profi werden. Dann kam für dich die Entscheidung aber so, dass du gesagt hast, hey, ich will jetzt, ich glaube, das wird was und ich will diesen Weg auch gehen. Ich sage mal so, es war nicht immer ein einfacher Weg, weil ich habe dann bei Hamburg gespielt und, ähm, ich habe dann die Jugendmannschaft U13 eine gute Saison gespielt, U14 eine gute Saison gespielt und dann hatte ich irgendwann mitten in der Saison einfach extreme Knieprobleme. Ich bin brutal gewachsen, also wirklich von 0 auf 100 einfach gewachsen und ich dachte, hä, wie kann das sein? Ich hatte so Knieprobleme, dass ich irgendwann angefangen habe, mit Krücken zu gehen, weil ich einfach kein Fußball spielen konnte. Ich konnte nichts mehr machen und das ging acht Monate. Ich war, glaube ich, 14 oder 15 und ich bin halt, ich glaube, 20, 25 Zentimeter gewachsen und ich mir dachte, hä, so schnell? Ich war einer der kleineren in der Mannschaft, kam wieder und war groß. Und dann, ähm, habe ich das dann irgendwie durchgezogen, dann habe ich in der U15 irgendwann wieder angefangen, ein bisschen zu trainieren, aber diese Knieprobleme sind einfach nicht weggegangen, gefühlt, und es wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr, dass irgendwann sogar im Raum stand, ey, Aaron, hör mal zu, wir wissen ganz genau, was wir an dir haben, du hast sehr, sehr viel Qualität, aber, du bist halt zu verletzungsanfällig. Ich meinte, ich kann doch nichts dafür, dass ich wachse. So, es ist einfach, mein Werdegang des Lebens gefühlt, das liegt nicht in meiner Hand. Ja, aber wir müssen überlegen, was wir jetzt machen, weil wir müssen schnellstmöglich eine Lösung finden. Da dachte ich, okay, was machen wir jetzt? Verschiedene Ärzte besucht, irgendwie versucht, meine Knie heil zu kriegen, alles auf Krampf, und dann ging es dann irgendwann, weil ich einfach nach jedem Training gefühlt meine Knie kühlen musste, und dann war die U16-Saison, ich glaube, davor, aber ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, zur U16 oder zur U15 sind dann Derek und Patrick auch schon zu uns gekommen. Ich glaube, U15 war das. U15 war das, und dann hatten wir einfach unfassbar viel Spaß. Also, es war mit die geilste Zeit überhaupt, weil da war halt noch nicht so komplett der Fokus, ey, unbedingt Profi, 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 nur noch so, kommt einfach nach vorne, nur noch das im Auge, so, sondern einfach auch Spaß haben, so die Zeit mit den Jungs genießen, dann kam die U16-Saison, in der U16 haben wir auch eine ordentliche Saison gespielt, das hat natürlich auch Spaß gemacht, und irgendwann habe ich gemerkt, okay, Aaron, du wirst immer älter und älter und älter, so, jetzt ist auch das Jahr, wo die Schule zu Ende geht, was machst du? Willst du jetzt unbedingt Profi werden, oder sagst du, du machst das nur noch so nebenbei, so, ich meine, ich will unbedingt Profi werden, egal was es ist, ich werde Profi, so, koste was es wolle, ich werde mir auf jeden Fall so viel Mühe geben, so viel Kraft und Zeit in Anspruch nehmen, wie es nur geht, damit ich diesen Sprung schaffe, und dann kam die U17-Saison, und dann war Christian Tietz, jetziger Trainer bei Magdeburg, der dann auch irgendwann bei HSV und den Profis war, in der U17, mein Trainer, und ich spiele ja jetzt so am liebsten auf dem Flügel, so, aber ich habe alles mögliche schon gespielt, das kann man sich nicht vorstellen, ich bin ja auch damals als Zehner zur HSV gekommen, und dann habe ich in der U15 Sechser gespielt, so, das liegt nah beieinander, das ist noch okay, und dann habe ich in der U17 angefangen, tatsächlich, auf acht, so, und ich, muss jetzt plötzlich so viel nach hinten mitarbeiten, ja, ich dachte, das ist nicht so meins, aber ich kann mich daran gewöhnen, weil irgendwann kam halt dieser, sozusagen, Knackpunkt, dass die Zehnerposition so ein bisschen aufgelöst wird, und du mit zwei Achtern spielst, und dann habe ich auf acht gespielt, und die Saison hat dann angefangen, da war ich Vizekapitän, weiß ich noch ganz genau, Jonas Wergin, ehemaliger Mitspieler von uns beiden, war da zu der Zeit, glaube ich, sogar noch Kapitän, bin ich mir nicht mehr zu 100% sicher, kann aber sehr gut sein, und unser erstes Saisonspiel haben wir dann gegen TV Berlin gespielt, und Nikola Kozanic, ganz gekannt, eigentlich jeder so in Hamburg, ehemaliger Mitspieler von uns, beziehungsweise von mir, mit dem ich mich auch bis heute noch super gut verstehe, hat dann auf dem linken Flügel gespielt, und ich auf der acht, oder auf der zehn, und er wollte halt unbedingt auf die zehn, unbedingt kosten, weil er sich einfach im Zentrum viel wohler gefühlt hat, und wir haben gegen TV Berlin gespielt, in der U17, und ich glaube, das war halt mein bestes U17-Spiel, so, es hat alles funktioniert, alles, alles, egal, was ich gemacht habe, es hat einfach funktioniert, und wir waren dann im Flow, und wir beide haben dann so wirklich die ganze Zeit hin und her rotiert, bis irgendwann ich zum Trainer gegangen, und er meinte, hör mal zu, Nikola will gerne im Zentrum spielen, ich spiele auch gerne auf dem Flügel, ich stelle uns so auf, dass er auf zehn spielt, beziehungsweise auf acht, und ich links außen, ich kann mich damit anfreunden, und dann habe ich eine ganz gute Saison gespielt, ich glaube, ich hatte acht Tore, bis zur Winterpause, acht Tore, und ich glaube, acht oder neun Vorlagen, also ich hatte eine ganz gute Statistik, und dann war Winterpause, nach der Winterpause sind wir raus, und wir hatten damals so ein Perspektiv-Kader-Training, das war eigentlich, ich glaube, jeden zweiten Dienstag, oder jeden Dienstag, bin ich mir nicht mal so sicher, wo die Jungs mit, haben natürlich Perspektive nach oben, alle zusammen kommen, auch einige Profis, die dann aus der Reha wiederkommen, und einen kleineren Einstieg brauchen, zusammen trainieren. Welcher Jahrgang, da warst du schon in der U21? Nein, da war ich U17 immer noch. Und das war Perspektiv-Kader für die Profis? Okay. So, da waren einige gute Jungs dabei, wir haben uns halt immer getroffen, zusammen trainiert, und dann haben wir, da habe ich schon in Stelling trainiert, also direkt am Stadion, und wir haben auf Kunstrasen trainiert, das weiß ich noch ganz genau, und dann habe ich, wir haben viel, sehr, sehr viel eins gegen eins trainiert, offensiv eins gegen eins, und dann bin ich losgedribbelt, habe mir nichts gedacht und habe halt nur meine Aktion gemacht, habe über nichts wirklich nachgedacht, und dann bin ich nach innen gezogen und sehe eine Grätsche kommen und springe hoch, lande auf meinem linken Bein und höre nur so, wie so ein Schnipsen, so, ich mache so, ach, was war das denn? Ich setze mich so auf den Boden und ich habe gemerkt, irgendwas ist da passiert, weil das hat sich nicht normal angefühlt, und dann bin ich aufgestanden und bin einfach wie, wie so wirklich, wie so eine Stange einfach umgekippt, so, aber ich war noch bei Bewusstsein, ich bin einfach umgekippt vor Schmerzen, dann habe ich so fast angefangen zu weinen und dann kamen, wir hatten, wir haben in Hamburg so Golfkarts, kam so ein Golfkart auf den Platz gefahren und ich meinte, ah, ah, mein Knie, mein Knie, mein Knie, irgendwas stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht, so, ich meinte, ah, ist nichts passiert, ist nichts passiert, und tatsächlich hatten wir in der Saison, in unserer, nur in unserer U17, schon zwei Kreuzbandrisse, und einer davon war sogar Nikola, so, und dann sind wir rein und dann meinten wir, ja, wir fahren direkt ins Krankenhaus, weil wir wissen nicht, was es ist und du hast Knieschmerzen und es hat sich nicht wirklich stabil angefühlt und ich meinte, ja, okay, und ich hatte einfach die ganze Zeit im Kopf dieses Kreuzbandriss, Kreuzbandriss, weil es einfach schon ein paar Mal passiert ist jetzt bei uns und es ist halt nicht üblich, dass du zwei Kreuzbandriss in einer Mannschaft hast und dann sind wir ins Krankenhaus, ich weiß noch ganz genau, ich bin da mit dem Betreuer für die Perspektivspiele hingefahren und dann bin ich im Krankenhaus angekommen, wir haben ein Bild gemacht und ich hatte eine Schiene, die hat mein Bein so gerade gehalten und ich konnte es nicht ein Zentimeter beugen oder bewegen, mein Bein war wirklich so stein fest, nichts konnte ich machen, diese Schiene will ich nie wieder in meinem Leben sehen und dann kam ich am nächsten Tag wieder, bin dann nach Hause, kam dann am nächsten Tag wieder ins Krankenhaus und dann kam der Arzt zu mir und meinte, ja, du hast dir dein Kreuzband angerissen. Aber nur angerissen? Ja, ich habe ihn so angeguckt, ich meinte, und wie viel? Kann ich damit spielen? Ich habe ihn angeguckt, ich meinte, das ist nicht der Ernst, ne? Also ich war wirklich schockiert, da meinte er, ja, die Saison ist für dich vorbei. Ich habe ihn angeguckt, also wirklich so, wie jetzt, wie vorbei? Ich kann noch laufen, oder? Nein, kannst du nicht, du musst es auch nicht probieren, das wird dir unfassbar wehtun. Da habe ich einfach angefühlt zu heulen, weil ich kam nicht darauf klar, so, wie? Ich habe eine gute Rennenrunde gespielt, ich bin super im Flow, mir geht es brillant, so, ich hatte das Gefühl, jetzt kommt meine Zeit, ich bin dran. Und dann wirf ich das aus der Bahn und ich dachte, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und dann war ich damit tatsächlich lange raus und das war mit einer, also wirklich mit einer der schwersten Phasen, aber ich wusste, ich werde auf jeden Fall Stärke wiederkommen. Die ersten zwei Monate waren hart, aber dann hat sich meine Schiene dann auch irgendwann verändert und ich meinte, okay, haben wir bei uns back, ich werde auf jeden Fall wiederkommen, egal was es ist. Und dann kam das erste Jahr, U19, und ich habe dann nicht wirklich viel gespielt, ich habe ab und zu mal wieder gespielt, so die ganze Hinrunde lang, weil ich A, mit meinem Knie noch zu kämpfen hatte, ich musste viel nachholen, beziehungsweise viel Kraftübung, viel meinen Oberschenkel einfach machen, weil ich halt übertrieben an Muskulatur verloren habe. Und dann bin ich direkt danach, irgendwann in der Winterpause, zum Arzt gefahren, habe geguckt, was ich noch alles Mögliche machen kann und meinte, ja, ich werde einfach alles dafür tun, und dass ich wieder bei 100 Prozent sein werde. So, und dann kam die Winterpause und in der Winterpause war Tietz bei der zweiten Mannschaftstrainer und hat tatsächlich drei Spieler von der U19 mit hochgenommen. Das war damals Jonas Behunek, der spielt, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo der jetzt spielt. Ich glaube, im Nordenstedt hatte ich ihn zuletzt gesehen. Ja, Mats Köhler, Willem Tway, so, und Christian Stark, Christian Stark war, ist dann auch Profi, also sind alles drei Profis geworden. Wo ist Christian jetzt? Weißt du das? Das wüsste ich lieben gerne. Das wüsste ich lieben gerne. Aber die sind tatsächlich alle drei Profis geworden, dann auch bei Hamburg. Und dann, ich habe angefangen, auch in der U19, als Zehner wieder. Tatsächlich. Back to the roots. Und ich habe mich auch super wohl gefühlt. Und dann ist ein Linksaußen hochgegangen. Das heißt, die Position fehlt. Derrick hat Links-Titiker gespielt und Mats hat überwiegend Linksaußen gespielt. Und dann meinten wir, okay, was jetzt? Und dann hat der Trainer umgestellt und meinte, okay, Aaron, du musst auch nach Links jetzt. weil du kannst das spielen, du hast in den U17 überwiegend gespielt, du kannst das. Ich meinte, okay. An dem Testspiel, ich glaube, da habe ich zweimal getroffen. Und dann war auch so für mich klar, okay, das wird wohl höchst, höchst wahrscheinlich meine Position werden, egal was passiert. Und dann habe ich die Rückrunde gut gespielt, habe dann auch ein paar Scorer gesammelt und habe mich einfach gut gefühlt. Und dann kam irgendwann die Nachricht an mich, Derrick hier zu Bayern. Hättest mir nicht selber gesagt, ne? Hättest mir nicht selber gesagt. Nein, 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 nein. Kleiner Schocker. Irgendwann so, Derrick geht zu Bayern. Ich sagte, weißt, Derrick, 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 hör mir mal zu, wohin willst du? Ja, Bro, ich gehe zu Bayern. Ich sagte, was laberst du da? Du kannst doch nicht einfach gehen. Weil es kam wirklich komplett aus dem Nichts und er meinte, ja, ich gehe zu Bayern, ich meine, gehst du in die Umwand? Er meinte, nein. Genauso waren meine Augen so, Hä? Bundesliga? Nein, nein, Bro, Jerry, 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 die zweite Mannschaft muss nicht mehr zu. Okay, krass. Also das musst du auf jeden Fall machen. Weil in dem Jahr, wenn ich jetzt einen Spieler in der U19 rauspicken müsste, der brutal war, war es Derrick, weil es einfach komplett konstant war. Du hast kein Spiel gesehen, wo Derrick nicht einfach immer, immer gut war. Er hat immer seine Leistung gebracht, immer an Leistungsgrenzen gegangen und ich meinte dann, ja, well deserved und so, du musst das auf jeden Fall machen. Derrick ist zu Bayern und hat sich dann aber auch nochmal für eine U19 verabschiedet. Und bevor die Saison angefangen hat, in dem Jahr U19 kam ja der Jahrgang 2000 und 1999 zusammen. Der Jahrgang 2000 hatte so ein bisschen Angst vor den 99ern, weil wir haben denen so ein bisschen Angst gemacht. Die haben so in der Kabine, die haben so in der Kabine ein bisschen rumgeschrien und so, bla bla, haben so ein bisschen auf dicke Hose gemacht, sagen wir mal so. Aber wir haben die auch ein bisschen einfach eingeschüchtert, weil wir meinten, ihr kommt zu uns hoch, wir sind die Chefs hier, ihr könnt euch nicht alles erlauben. Und dann hat ein Teil der damaligen U17, also die 2000, haben einen Urlaub geplant nach Mallorca. So, zehn Tage. Zehn Tage Mallorca. Und wir meinten dann, ja okay, wir fliegen auch dahin. So, es waren, wie viele waren wir? Wir waren, glaube ich, sechs, sieben Stück und die waren locker zehn Mann. Waren eine Fußballmannschaft im Urlaub. Wir waren so unglaublich viele und Mallorca ist halt Mallorca, es hat unglaublich viel Spaß gemacht und so dieser Punkt, wo du meintest, okay, wie schüchtern die noch ein? Irgendwann war es dann einfach so, das sind wie deine kleinen Brüder. Du hast jeden ins Herz geschlossen und du hattest dann auch einfach eine Chemie mit jedem aus dieser Mannschaft. Du dachtest, das ist wirklich krass, 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 weil ich dachte auch nicht von vornherein, dass es so wird. So, im Nachhinein habe ich dann während der Saison mit Leuten Zeit verbracht, mit denen man so weniger gefühlt redet. Mit wem jetzt zum Beispiel? Beispielsweise Lukas Pinkert spielt jetzt bei, da hat man ja Viktoria Berlin gespielt in der Saison. Ich dachte niemals, dass ich mich mit diesem Jungen so brutal gut verstehen werde. Aber ich habe gemerkt, der Junge hat komplett einen an der Klatsche und ich auch. Man hat einfach connected und es war einfach unfassbar krass. Und dann hat die Saison bei uns angefangen in der U19, wir waren halt alle aus dem Urlaub, gerade frisch wieder zurück, Vorbereitung start. Und nach dem ersten Tag meinten wir, Jungs, wir sind richtig schlecht. Wir dachten wirklich so, ey, können wir kein Fußball spielen? Es hat irgendwie nicht funktioniert. Und ich dachte, hä, das kann doch nicht sein. Wir harmonieren eigentlich so gut, aber jetzt auf dem Platz funktioniert nichts. Wir haben wirklich schlecht von uns selbst geredet. Jungs, die steigen ab, das kann nicht sein, wir können nicht mal Ball annehmen, so, so, so. Wir sind durchgedreht. Wer war Trainer zu dem Zeitpunkt? Daniel Petrovski. Und was meinte er zu dem Zeitpunkt? Nichts. Er war eigentlich guter Dinge. Er dachte so, hä? Das sind, ich weiß nicht. Er war sich auch nicht so sicher und dann haben wir in der Vorbereitung weitergespielt, weitergespielt, weitergespielt. Jeder ist so ein bisschen in den Flur gekommen und wir wussten halt nicht, wie die ganzen anderen Mannschaften sich vorbereiten. Haben dann ein Vorbereitungsturnier gespielt in der Schweiz. Da waren Mannschaften dabei wie Juve, Basel und die haben uns aufgefressen. Alle im U19-Jahrgang? Ja, die haben uns alle aufgefressen. Wir dachten, oh mein Gott, die Saison wird der Horror. Dann hat das erste Spiel angefangen, das war damals noch gegen Niendorf. Ja, das war gegen Niendorf. Richtig für alle Zuhörer, Niendorf auch einer der größeren Nicht-NLZ-Vereine in Hamburg. Ja. Und dann gewinnen wir das Spiel 4-1. So, vorher, vorher muss ich erwähnen, die Mannschaft hat mich tatsächlich, ich wollte das auch unbedingt werden, und die Mannschaft hat mich tatsächlich zum Kapitän gewählt. Ey, Capitano. Und dann meinte ich, okay, wow, ich habe hier einen Hühnerhaufen, ich muss alle bei Laune halten. Let's go. So, und Patrick Pfeiffer, jetzt bei Darmstadt, war Co-Kapitän. So, wir haben so dann ein bisschen versucht, das Zepter in die Hand zu nehmen, waren so gefühlt die rechte Hand. Und wie du dich, du erinnerst dich doch garantiert noch an Torben Isermann. Für 100 Prozent. Torben Isermann, so, der, der uns auch so, wir hatten so, Patrick und mich, die zwei Idioten, sag ich mal so, und wir hatten halt easy, also Torben Isermann, der so ein bisschen auch, bisschen vernünftiger, der so der vernünftige Struktur, ja, ja, für Struktur sorgt und so, alles mögliche. Und haben die gespielt, und haben eine brutale Saison gespielt. Also wirklich brutal, brutale Saison. Jeder ist individuell aus seinen Stats gekommen, die Mannschaft hat einfach gut harmoniert. Und ich muss sagen, ich glaube, das war das Jahr, wo ich am meisten Party gemacht habe. Was heißt am meisten Party? Ich hoffe jetzt nicht außerhalb der Kabine. Wir haben, wir haben jeden Sieg gefeiert, ne? Ah, okay, du meinst in der Kabine. Ja, ja, wir haben auch außerhalb, auch außerhalb, definitiv auch außerhalb. Party Maus. Party Maus. Definitiv auch außerhalb. Also, ich kann es dir nicht erklären, wie oft wir als Truppe losgezogen sind. Wir waren brutal, 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 viele immer. Und, weil wir so gut harmoniert haben, hat es halt einfach immer gestimmt. Wir haben diesen Fokus nicht verloren und wir konnten einfach neben dem Platz richtig, richtig viel Spaß haben. Und das hat sich dann bis zum letzten Spieltag durchgedrückt. Und wir haben tatsächlich um die Deutsche Meisterschaft beziehungsweise um die Meisterschaft mitgespielt, waren dann bis zum letzten Spieltag Erster. Und dann hätten wir das Spiel nur gewinnen müssen. Und dann spielen wir am Ende um die Deutsche Meisterschaft. Mhm. Und dann, weiß ich noch ganz genau, wir machen sehr, sehr früh das 1-0. Patrick Pfeiffer köpft den Ball rein. Ich dachte, ich habe das Tor geschossen. So habe ich mich gefreut für ihn. Aber Patrick auch Kopfbälle, das war ja verrückt. Auch in dem Jahr nochmal, ich habe Ecken eigentlich überwiegend geschlagen. Wenn ich nicht wusste, wohin, habe ich einfach Patrick das Kopf gesucht. Ich habe den Ball irgendwo hingeschossen und Patrick ist hochgesprungen und hat den Ball reingeköpft. So, und dann nach der Saison, nein, während der Saison kam der letzte Spieltag, er war gegen Bremen in Bremen. Patrick köpft das 1-0 und wir haben ein super Gefühl. Die machen tatsächlich kurzfristig direkt danach das 1-1. Die machen dann in der 91. das 2-1 und sind Meister, wenn wir dieses Ergebnis halten und dann kriegen wir in der 93. einen Freistoß gegen uns, linke 16er Kante und David Philipp, spielt jetzt bei Victoria Berlin auch eigentlich Hamburger, schießt den Freistoß durch unsere Mauer durch und der Ball geht rein. Die haben es einfach nicht gerafft bekommen, was gerade passiert ist. Die saßen locker noch 10 Minuten einfach auf dem Boden und haben versucht zu realisieren, dass wir wirklich die Meisterschaft aus der Hand gegeben haben. Aber so rückblickend war es ein brutal erfolgreiches Jahr für jeden individuell und auch als Mannschaft, weil ich glaube, so viel Spaß wie mit dieser Mannschaft kannst du einfach nirgendwo gehabt haben. Und dann habe ich nach dem Jahr meinen Prüfvertrag unterschrieben. Vielleicht können wir da gleich nochmal die Zuhörer ein bisschen mitnehmen, weil wir haben jetzt doch schon relativ viel geredet und wir würden jetzt einen kleinen Cut machen und dann können sich die Zuhörer in der nächsten Folge sozusagen über deine gesamten Erfahrungen im Herrenbereich mal ein bisschen, können wir sie mitnehmen? Es werden dann noch ein paar andere Fragen auch noch von ein paar Mitspielern und Kollegen aus dem erweiterten Kreis geben. Und genau. Ja man, auf jeden Fall. Das war's mit Part 1, Aaron. Und ja man, also schaltet auf jeden Fall ein für Part 2, um mehr von seinem Leben zu erfahren. Aaron, willst du nochmal was sagen? Was denn, Digi? Ach, auf den Werbung für Part 2, Digi. Das Allerwichtigste erstmal. Aaron, vielen, vielen Dank für die Insights. Zweite Sache, für alle Zuhörer, die jetzt gerade auf ihrer Spotify-App sind. Gebt uns mit Kussern diese 5 Sterne. Schnell, nicht viel. Das ist key. Gar nicht viel überlegen. Einfach nur diese 5 Sterne kurz. Ihr habt gehört. Drück einfach kurz. Gönn doch mal, Digi. Einfach. Gönn doch mal, Digi. Gönn doch mal. Alles klar, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich, Männer. Tschüss. 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 Tschüss.